Liebe Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Daniel, dein Lieblings-Roaster mit Herz und ich melde mich verspätet hier zu diesem Video. Und zwar habe ich gestern ganz kreativ auf YouTube, äh nee, sorry, auf Insta, ja, so ist gerade mein Feeling fürs Leben, leicht verpeilt, okay? Es ist gerade immer noch alles sehr viel mit den Dogs und so. Ich will mich nicht beklagen, aber es kostet alles Kraft, es, ähm, auch so mentale Stärke und geistige Stärke und, ähm, ja, es fühlt sich alles nach sehr, sehr viel an. Nichtsdestotrotz habe ich gestern dann auf Instagram so gegen 18 Uhr darauf hingewiesen, dass es eine Mitternachtsfolge geben würde. Dann kam etwas sehr Unerwartetes, ich musste das Haus verlassen und es dauerte alles länger als erwartet. Es hatte was zu tun mit der neuen Wohnung, ich will gar nicht so ins Detail gehen, aber, ja, ich hatte da mit jemandem zu tun, der noch ein bisschen so alte Schule ist und nicht so wie, wie ich jetzt heutzutage mit Termin arbeitet, sondern es war eher so, vor vier, fünf Tagen haben wir gesprochen und es hieß so, ja, ähm, wann kannst du denn? Und ich habe gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch um 19 Uhr und es ist wirklich etwas, was ich brauche und was ich wirklich will, um einfach auch umziehen zu können und so weiter und so fort. Und dann habe ich am Montag um, weiß nicht, 17.30 Uhr einen Anruf bekommen, nee, gestern am Dienstag, sorry. Ja, wir treffen uns dann in einer Stunde bei deiner neuen Wohnung, ne, und ich so, hä? Und die Person so, ja, du hast doch gesagt, du kannst Montag, Dienstag, Mittwoch und ich dachte mir nur so, ja, aber ich habe halt früher mit einer Rückmeldung gewartet und das sind auch so die Menschen, die halt immer anrufen, ne, und wo man so irgendwie, so wie mein Opa, ne, der dann bei mir einfach geklingelt hat, so, ja, ich komme jetzt einfach mal spontan vorbei. Das geht gar nicht mehr bei mir, ich bin gar nicht mehr so, also, ich will gar nicht darüber reden, was besser ist oder was schlechter ist oder so, aber ich bin einfach richtig terminiert, versteht ihr? So, und das bringt mich dann super durcheinander und ja, dann kam ich nach Hause irgendwann und dann ging Pflegen wieder los, ne, die Hunde füttern, Bett fertig machen, Gassi gehen, Windel an, Rutschesocken an und so weiter und dann war irgendwann Mitternacht und ich so, nee. Also, das kann ich jetzt beim besten Willen alles nicht einhalten und lange Rede, kurzer Sinn, ich komme jetzt mit dem Video um die Ecke, weil bei mir gerade viel los ist und es tut mir leid und ich werde mich zurückhalten mit so Ankündigungen. Na, wenn das Video da ist, ist das Video da und nicht mit, ja, heute Nacht und bla, auch wenn es schön ist, aber dann warten, Schnuffelhasen, dann wartet ihr und dann kommt nichts und das tut mir wirklich leid, ich möchte da auch nicht so leichtfertig mit eurer Zeit umgehen oder respektlos, okay, I'm super sorry, so. Und heute geht es dann endlich los mit einer neuen Show, ich muss sagen, ich finde die krank, ich finde die so krank, loveful, okay, RTL Plus, kannst du dort gucken in voller Länge, du brauchst dafür eine RTL Plus Premium Mitgliedschaft und die bekommst du über mich vergünstigt, alles, was du dazu brauchst, findest du unten in der Infobox. Ich muss sagen, ich finde diese Show ist richtig next level und RTL ist einfach geil, also, was die da immer aus dem, aus dem, wie soll ich sagen, aus der Hüfte schießen an neuen Shows, mega. Bei Make Love, Fake Love war es damals auch schon so, hm, was könnte das werden, bla, am Ende so eine krasse Show ja auch, ne, also das hat ja Deutschland bewegt, ja, wie Jedes und Yannick da zusammenkamen und so weiter. Ja, und Loveful hat für mich mindestens das gleiche Potenzial, also, ihr werdet sehen. Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest, dann würde ich dich bitten, einfach dieser Community beizutreten, auf Abonnieren zu klicken, kein stiller Zuschauer zu sein, außer es geht gar nicht. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, eure Stimme auch zu heben und euch sichtbar zu machen, einfach mit einem Kommi die Community wissen zu lassen, hey, wie geht's dir gerade, ja, was beschäftigt, ich gerade, es gibt oftmals so süße Unterhaltung in meiner Kommentarsektion, wo ihr euch gegenseitig alles Gute wünscht für, weiß ich nicht, Prüfungen oder wenn es Stress gibt oder ihr gerade frisch verlassen wurdet. Wir sind eine Community und wir können darüber auch kommunizieren und füreinander irgendwie da sein und wir lieben alle das Gleiche und sind auf eine Art und Weise miteinander verbunden, auch wenn es zunächst einmal virtuell ist. Aber das muss ja alles nicht so bleiben, wer weiß, was sich da mit der Zeit alles draus entwickeln kann. Ja, heute hatte ich wieder eine Begegnung mit einer Schnuffelhase beim Friseur, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich kam rein und dann war da so ein hotter Friseur, wir haben uns ein bisschen angeguckt und so und ich kam gerade vom Haare waschen und sie bezahlte bei ihm und dann habe ich ihn wieder angeguckt und dann kam die Schnuffelhase um die Ecke und meinte, Hi, darf ich kurz Hallo sagen, ich gucke so gerne deine Videos und dann dachte ich, ja, voll schön, was für ein schöner Moment, danke, dass du mich angesprochen hast. Machen wir mal die Nummer klar von deinem Friseur und dann ist doch alles Suche und mehr kann ich jetzt zum Vorgeplänkel gar nicht erzählen. So, ich werde jetzt dieses Video aufnehmen und dann habe ich einen Waxing-Termin und zwar mache ich Rücken, Schulter und diesen Part. Also den hier lasse ich mir immer sugern eigentlich, aber ich finde, sugern ist so schmerzhaft und die haben halt gesagt, ja, probier doch mal Waxing bei uns, das geht viel schneller. Jetzt habe ich aber in einem anderen Studio drei, vier Mal die Erfahrung beim Waxing gehabt, dass ich einen pickeligen Rücken hatte. So, und die sagen jetzt aber hier, ja, aber wir haben vielleicht ein anderes Wax, probier es doch auch mal bei uns und jetzt probiere ich heute das erste Mal Waxing mit dazugehörigen Pflegeprodukten, damit da keine eingewachsenen Haare kommen. Was macht ihr, falls ihr Haare an unerwünschten Stellen habt, was präferiert ihr und warum? Dieses Sugaring war echt pickelfrei immer, aber so schmerzhaft, vor allem die sind bei mir ja mittlerweile so lang dann immer. Und dann, wenn die da diese Paste auch schon aufträgt, ist es so, als würdest du mir die Niere rausreißen. So, und jetzt geht's los. Seit Dezember letzten Jahres bin ich Single. Also, soll ich euch schon mal erklären, worum es hier geht? Es ist so, hier sind Singles, die sind übrigens in der Villa von I of the One, aber von früher, auf Paros, wisst ihr? Das ist schön, das gibt mir so alte I of the One Vibes, aber die wissen halt nicht, wer dort vergeben ist und wer nicht. Es gibt Paare dort, richtige Paare. Ja, und dann gibt es Singles, die jemanden kennenlernen wollen. Und die gewinnen, das wird, glaube ich, gleich nochmal erklärt, die gewinnen, wenn sie alle Paare entlarven und dann können Singles Geld verdienen. Wow, schöne Girl, schöne Boy. Alles schön einfach, ne? Und jeder, der nicht natürlich schön war, der hat noch ein bisschen nachgeholfen und dann war alles schön. Sex ohne Liebe, mittlerweile geht das schon. Also mittlerweile geht das schon, da habe ich mich dran gewöhnt, notgedrungenerweise, aber sonst passiert ja auch gar nichts, ne? Ich meinte auch so, Alter, wenn das hier so ein Trash-Format ist, bin raus, aber ich finde es gar nicht so trashy, weil wir sind alle süße Perlen. Nein, das ist kein Trash. Das ist Bildungsfernsehen, ja, das ist so hoch angesehen, da brauchst du ja gar keine Sorgen zu machen. Ach, ihr seid in der I of the One Villa? Nein, das ist immer noch kein Trash. Und ihr werdet kommentiert von mir? Nein! Wenn die mich sehen werden, dann werden sie sich denken, oh, die ist hübsch. Ja, das denke ich mir aber auch immer. Egal, wo ich reinkomme, alle denken sich immer, meine Güte ist da hübsch. Das ist mein Fluch. An mir selber liebe ich eigentlich am liebsten meine Augen. Am liebsten ihre Augen. Ich bin froh, dass sie etwas sagt, was sie immer schon hatte. Wobei, man kann auch Sachen lieben, die nicht, ähm, wie soll ich sagen, natürlich sind. Ist es egal, ich will aufhören mit solchen Sprüchen. Wenn, ne, auch wenn sie jetzt gesagt hätte, die Lippen, ist doch auch schön. Dafür macht man das ja, ne, damit man sich danach schöner fühlt. Meine Brüchte. Die Brüchte magst sie. Mein Vater ist hässlich, meine Mutter ist schön. Und ich sag mal, ich hab zum Glück das Gehen von meiner Mutter bekommen. Franco, du bist so geil. Ich find dich auch schön. Und ich find's sehr, sehr schön, wie selbstbewusst ihr alle seid, ne? Also in meinem Freundeskreis gibt's sehr, sehr viele auch Zweifler und so. Aber hier sieht man einmal so die geballte Ladung an Selbstbewusstsein pur. Ich sag mal so, Bruder, ne, wir beide sind die Hübschesten hier. Was sagst du? 100%. Ist heftig, ne? Wenn ich in so einen Raum kommen würde, ne, mit so 20 Singles oder wie viele da dann am Ende auch sind, ich würd mich erst mal so hinterfragen und ich wär so, oh Gott, hier sind so viele Hübsche und so. Und er geht da rein und sagt so, ey, Alter, wir zwei sind hier die Hübschesten. Ich hoffe, der glaubt sich das auch selbst, aber dann ist doch geil. Du bist auf jeden Fall ein Hübscher, Junge. Du bist ein Flavor. Ihr seid beide hübsch, ne? Also ich mag das auch, wenn Männer sich gegenseitig sagen, dass sie sich hübsch finden, auch wenn Frauen das gegenseitig tun. Ich hab auch so dieses gewisse Etwas. Ich schwöre, ne? Du hast alles. Du hast einfach das Full Package. Ich sag's, es ist so. Mein Name ist Amaro Salvador. Okay, er hat mich schon. Alleine wegen des Namens. Almador Salvador González. Sind wir hier bei Love Island Temptation? Was machen wir hier? Ach, die weiß nicht, warum die da sind, ne? Ja, wissen wir nicht. Du rauchst jetzt eine erstmal in der Sonne und lässt es ihr da richtig gut gehen. Am Ende des Tages ist es doch auch egal, wie das Kind heißt. Ich hab gar keine Ahnung. Ich verstehe es irgendwie noch nicht. Also klar, dass wir uns daten oder kennenlernen und Single sind. Und gut aussehen und alle immer denken, wir sehen gut aus, wenn wir in einen Raum kommen. Aber ich verstehe halt nicht, warum ich hier bin. Was ist deine Lieblingssexstellung, Bruder? Jetzt bin ich gespannt. Was ist sie denn? Sag mal. Also meine Lieblingssexstellung ist auf jeden Fall, wenn die Frau auf ihren Rücken liegt und wenn sie ihr Fuß in meinen Mund steckt. Ja, aber ehrlicherweise geil, dass er das raushaut. Finde ich gut, dass er das einfach sagt, dass er da drauf steht und dann ist es doch auch supi. Ich musste das ein bisschen ins Lächerliche ziehen bei Jana Maria und ihrem Typen, weil ich das so lustig finde. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn jemand Füße mag. Also die Fetische sind alle in Ordnung, weil ich weiß noch, dass es da viele Kommentare gab. Ich konnte aber nicht anders bei der Folge. Boah, wenn ich mich jetzt über gar nichts mehr lustig machen darf. Es könnte ja immer jemand verletzt werden. Ja, Füße, wenn die so French-Nägel haben, so mit Weißfornporn, ja. Das ist geil, ne? Vielleicht noch mit so einem kleinen Stein drauf. Aber musst du aufpassen, dass du dir nicht verschluckst, ne? Wer ist von hier deine Favorite-Girl? Hoffnung, ehrlich. Momentan sie bis jetzt. Naja, also eigentlich, guck mal, das ist ja das Ding. Am schlauesten, also wenn das jetzt seine Freundin ist und die keinen Stress zu Hause später haben wollen, dann sagt er am besten so, ja, sie, ehrlicherweise. So, die können ja wirklich so tun, als wenn die von Anfang an einen Crush auf jemanden haben. Und das kann dann ja auch wirklich die Freundin sein. Ne? Und dann ist das doch super. Giuliano ist halt so ein bisschen, ja, der guckt einen an und irgendwie, das hat mich sofort gecatcht. Und der Rest ist für mich sofort irgendwie uninteressant. Das hört sich für mich halt sehr verdächtig an, weil normalerweise seid ihr in solchen Sendungen nicht so bereit, euch so zu binden, so doll. Dann seid ihr immer oft so schnell eingeengt und wollt die beste Zeit eures Lebens haben. Und jetzt hat es gereicht, dass er dich zwei, dreimal anguckt und du bist schon nur in ihnen verschossen und alle anderen sind egal. Ich weiß ja nicht. Ich finde das richtig süß. Ist das so? Ja, ja, ja. Hättest du gar nicht gedacht, so ehrlich. Boah, ich finde es eigentlich echt, also ich finde es ziemlich cool, wie offensiv er ist, ne? Da schneide ich mir echt eine Scheibe von ab. Ich finde es richtig toll. Ja, ja, ja. Ja, und währenddessen bewegt er sich noch nicht mal in Zeitlupe direkt auf ihren Mund zu und kriegt, was er will. Ein Kuss. Gerade aktuell habe ich einen Favoriten, das ist der Tim. Geht man das hin? Ja. Das geht hier auch sehr, sehr schnell, ne? Also, was sind sie da seit ein paar Stunden zusammen? Und dann direkt ins Schlafzimmer einmal geguckt, wer wo schläft und dann direkt schon ein Kuss. Das ist schon sehr schnell. Ihr Gesicht, ihre Lippen, ihre Augen, top, ihre Haare. Also, Franco beschreibt die Blonde, die er gerade geküsst hat, aber es gibt eine Sache, die macht sie nicht so perfekt. Ihr Arsch könnte ein bisschen größer sein, aber sonst top. Top, sonst ist top, aber dafür gibt es ja auch Wege. Also, ich finde das sehr schade. Guck mal, ich weiß, man sollte das dann differenzieren können und sagen müssen an ihrer Stelle, wenn sie das dann jetzt sieht in der Ausstrahlung, Ja, aber Franco ist jetzt nicht die Messlatte für alle und nur weil es Franco zu wenig ist, ist es vielleicht anderen nicht zu wenig. Aber das macht halt voll die Komplexe. Weißt du, sag doch einfach, was du an ihr magst. Warum musst du uns sagen, dass du ihren Arsch nicht ausreichend findest? Ich hoffe, hier gleich kommt Sophia Tomala rein oder so. Ja, nee, also Sophia Tomala ist es nicht, aber es ist ja auch kein Trash-Format, ne? Buh! Herzlich willkommen! Wie schön, dass ihr endlich da seid! Und die alle so, in was für einer Kinderschau sind wir hier gelandet? Was ist das für eine Minute? Eine Minute? Eine Minute, nein, animierte Clowns-Figur. Ich sehe, unter euch sind nicht nur Singles. Einige von euch sind vergeben. Oh mein Gott. Also mehrere. Und das stelle ich mir gerade auch so schwierig vor, dass die, die ja wissen, dass sie dort sind und vergeben sind, ja jetzt alle richtig krass schauspielern müssen. Unter euch sind gar komplette Paar. Bähst du mich? Schlimm, ganz schlimm. Hm, richtig schlimm, ne? Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht spielen. Vor allem musst du dann ja eventuell dabei zugucken, wie dein Partner mit jemand anderem schläft oder sich küsst oder so. Einen Kappel hier reinstecken, das ist ja wirklich eklig. Ich würde bei ihm sagen, er ist vergeben. Weil er versucht, so ein bisschen auf Krampf im Interview auf schockiert, empört zu tun. Wie lange ist deine letzte Beziehung her? Zwei Jahre. Guck du mich an. Wie lange ist deine letzte Beziehung her? Vier Jahre. Hm, gut, das kann man sich ja gerade noch so merken, ne? Man muss halt nur aufpassen, dass man einen Tag später wieder das Gleiche sagt. Sag mir jetzt an deine Hand, schwör auf deine Stammesdinger, dass du Single bist. Schwör auf deine Stammzellen, deine Eizellen oder Stammzellen, dass du Single bist, okay? Sonst sterben die alle ab. Ja, ja, ganz sicher, wir zwei. Ich sage dir ganz ehrlich, weil ihr gerade so zusammen seid, denke ich, dass ihr ein Paar seid. Nee, bei mir stirbt es das gerade voll, weil ich sie nicht angefangen habe zu mögen. Das wäre zu offensichtlich. Sie könnte auch lügen. Also ich habe halt wirklich angefangen, ihn zu mögen innerhalb der ersten zwei Stunden. Und das wäre doch jetzt viel zu offensichtlich, wenn ich direkt schon hier mit ihm chillen würde, ne? Das Paar, was hier drin ist, unnormal eklig. Aber ich traue euch nicht. Ich kenne euch alle 30 Minuten. Ja, was heißt denn eklig, ne? Also ohne Menschen, die dort reingehen, um zu lügen, gäbe es das Format ja nicht, weißt du? Und dann würdest du zu Hause sitzen und würdest kein Fame bekommen. Aber ganz ähnlich, wem ist Geld zur Beziehung wert. Das ist es arg, das ist es arg. Ja, aber wenn du so eine Beziehung führst, weißt du, was ich meine? Sie müssen eine offene Beziehung führen. Und es gibt immer fake Menschen, ohne Scheiß. Also die in grün ist, glaube ich, vergeben. Die ist mir zu verdächtig. Ja, aber wir wollen freiwillig eine offene Beziehung führen. Naja, also ich hoffe, dass alle, die eine offene Beziehung führen, diese auf freiwilliger Basis führen. Wer führt denn gezwungenerweise eine offene Beziehung? Ich schwöre, ich werde einfach mit jedem einmal rummachen. Ich werde einfach mit jedem einmal rummachen. Also hat sie das gerade wirklich gesagt? Hast du es gerade gesagt? Wirklich so easy machen. Oh la la. Ja, da knistert es, ne? Da kann jetzt wirklich einmal jeder mit jedem rumlecken. Also ich muss sagen, das fühlt sich sehr prickelnd an, auch schon beim Gucken. Das ist so verboten irgendwie, da sind Paare. Mal gucken, ob du Single bist. Jetzt küsst er die auch. Ist schon heftig, ne? Das wird hier so eine kleine Gangbang-Party. Oder wie nennt sich das Swinger-Club? Ich küsse jetzt echt jede Frau und checke ab. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Pass nur auf, wegen Angina, ne? Warum guckst du mich so böse an? Hör auf damit. Guck, und sie guckt jetzt böse. Und ich finde, er würde zu ihr auch passen. Guck mal, wie die jetzt miteinander reden. Ja, ich bin sauer. Und warum? In Ernst? Warum? Wird sich das Besondere? Okay, ich glaube, mein Venus-Hügel sagt, dass das noch rauskommt, dass die ein Paar sind. Was meint ihr? Hast du einen Freund? Ich bin gerade vielleicht nicht zurück. Bist du ein bisschen schalt, oder was? Ja, die sind schon sehr verdächtig. Die tun sie jetzt so, als wenn sie nur ein bisschen sauer wäre, weil die sich heute kennengelernt haben und er würde auch anderen Beachtung schenken. Aber die kommen mir sehr, sehr vertraut vor. Ich kriege meistens das, was ich möchte. Meistens. Also nicht immer, aber meistens, weil ich bin einfach süß und hübsch. In der Beziehung bin ich treu, aber wenn On-Off-Phasen kommen... Und die kommen immer. Wer kennt's nicht? Jede gesunde Beziehung hat lauter On-Off-Phasen und dann bin ich ein Teufel. Ja was, das ist das Spiel. Was soll ich denn machen? Ich kann niemandem mehr vertrauen. Hast du eine Freundin? Ich weiß, dass du keine Freundin hast. Ja, sehr gut. Hör auf, weil du mir gefällst. Die lügen. Die sind zusammen. Und wer ist so dein Favorit bisher? Schwer eigentlich. Ich finde eh, so von Anfang an war eh eigentlich Amaro. Eh Nico auch. Und Franco. Also jetzt mal ganz im Ernst. Hat sie ein Beuteschema? Ich würde sagen, ja. Sie hat sich die cutesten drei ausgesucht. Und die sehen alle, haben diese Knopfaugen, diesen schönen Bart und so. Und sie hat, glaube ich, schon einen Type. Ja, mit dem Nico, dem habe ich auch nicht so viel gequatscht. Mit dem musst du auch nicht quatschen. Mit dem kannst du einfach rummachen. Ja, man kommt sich so langsam ein bisschen näher. Langsam ein bisschen näher ist gut. Wie lange kennt ihr euch? Jetzt hör auf, so zu verliebt zu gucken, Mann. Mein Gott, du machst mich voll verlegen, ja. So, und da dachte ich halt wirklich, dass das eventuell ein Paar sei. Aber Leute, es kommt ganz anders als erwartet. Schaut bitte. Benimm dich, ne? So. Du folgst mir. Ich öffne mich eigentlich nie jemandem durch, ne? Sie ist richtig hardcore mit ihm am Innigsein. Aber sie hat dort drin einen Ehemann. Ja, Laura macht genau das, was wir besprochen haben. Sie spielt das Spiel mit. Sie spielt das Spiel so weitestgehend, dass sie nicht auffällt. Und das ist gut so. Ich finde das zu heftig, ne? Die sind einfach ein Paar. Wir sind jetzt seit über einem Monat verheiratet. Mäuse. Warum wollte ich das so schnell aufs Spiel setzen? Einen Monat verheiratet und dann direkt hier? Ich glaube, dass unsere Beziehung ganz stark ausmacht, dass wir halt über dieses körperliche hinwegsehen. Werden wir sehen, wie gut du das kannst, mein Süßer. Weswegen wir auch zu der offenen Ehe gekommen sind. Soll ich euch sagen, was mein Venus-Hügel hier sagt? Sie braucht Abwechslung und er eigentlich nicht. Aber er macht es, um mit ihr zusammenbleiben zu können. Wollen wir wetten? Ich bin grundsätzlich kein eifersüchtiger Mensch. Es sei denn, man gibt mir die Anlässe, dass das Vertrauen gebrochen ist. Dann kann ich sehr eifersüchtig werden. Die geben mir wirklich die Vibes. Wir werden halt gucken, wie sich das weiterentwickelt im Laufe der Staffel. Die geben mir wirklich die Vibes, dass er eigentlich auch eher so unsicher ist. Dass sie aber, sie sieht auch schon so aus, als würde sie wissen, was sie will. Und was sie eben nicht will. Und dass der sich da quasi so hin bearbeiten lassen hat. Solange ich dir kein Gefühl gebe, dass du unsicher sein musst, brauchst du ja auch nicht unsicher sein. Und dann kann ich ja auch mit anderen bumsen. Das glaube ich. Das weiß ich aber nicht. Lass mich auf die Männer los. Wir werden eine richtig geile Zeit haben. Sie äußert auch gar keine Bedenken. Sie freut sich richtig. Sie ist voll in ihrem Element. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Du weißt es aber nicht. Man weiß natürlich nichts, aber du scheinst mir hier von innen heraus der Unsicherere zu sein. Arthur ist 22, Laura ist 29. Ich denke mal, dass da auch schon sehr viel, sehr viel Wissen von Lauras Seite auskommt. Wie sie war halt einfach weiß, wie sie ihn einfach direkt um den Finger wickelt hat. Für mich klingt das ein bisschen nach Abwertung. Das ist eh so ein kleiner Junge, der wird mir hier eh nicht zu Gefahr und so weiter. Aber schaut bitte noch ein bisschen weiter, weil die gehen auch noch ins Bett alle und dann bekommt er Sachen mit. Und dann gucken wir mal, wie stabil er dann noch ist. Die ist halt so wie so ein Rätsel. Und ich stehe auf sowas. Deswegen ist halt glaube ich so, die hat mich ein bisschen gecatcht. Super. Aber sobald sie jetzt das Rätsel auflösen würde, wäre sie wahrscheinlich nicht mehr interessant. Wenn ich merke, Bella hängt sich an mich und kriege Komplexe, dann merke ich, dass sie Single ist. Genau das ist die Psychologiestrategie. Also wenn ein Mensch sich dir öffnet und Interesse an dir hat, dann schreibt er das. Sie hängt sich an mich und kriegt Komplexe. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo er dann immer sagt, okay, tschüss, bis hierhin war es nett und jetzt gehe ich zur nächsten. Du hast was, was mir gefällt. Das kann ich dir schon mal sagen. Also ich kann ja auch schon mal sagen, es ist nicht dein Arsch, weil der ist mir zu flach. Niemand versucht, einen freien Adler einzusperren. Überall Adler hier. Ist das der Cousin von Lorik oder was? Weißt du, was das Schlimme ist? Einfach einer von uns ist einfach vergeben. Ich komme nicht drauf. Nein. Da könnte es sein. Nochmal einen tiefen Schluck nehmen. Einmal kurz. Die Unterhaltung hier skippen. Ja, schon komisch, irgendwie gar nicht miteinander zu reden. Vor allen Dingen, wenn er ein Bett weiter dann liegt. Ey, das geht gar nicht. Weil sie geht jetzt in ein Bett mit einem Typen und er geht in ein Bett mit einer Frau. Aber die machen da nicht jeweils das Gleiche. Ich glaube, dass mir das komplette Ignorieren schwerer fällt wie Laura. Habe ich euch das nicht erzählt? Ja, und jetzt fangen die hier links an rumzulecken. Ja, guck mal. Da wird jetzt hier richtig geil Spaß gehabt. Und er merkt das jetzt, ne? Und wie egal ist ihm das dann? Es ist schon so irgendwie ein bisschen was anderes, wie wenn wir halt diese offene Beziehung zu Hause führen. Ja, und weißt du warum? Also, ne? Ich will niemanden angreifen mit offener Beziehung. Wirklich nicht. Aber, Leute. Ich finde, an diesem Beispiel merkt man auch nochmal, wie unnatürlich es ist, eine offene Beziehung zu haben. Rein, wenn wir einmal mal so von dem Grundgedanken einer Beziehung etc. ausgehen. Ja, mit 500 Regeln kriegen wir das irgendwie hin. Du darfst niemanden zweimal sehen. Wir dürfen die Person nicht kennen. Du darfst mir dann nicht erzählen, wie oft er in deinen Mund gekommen ist. Dann kann ich das irgendwie über Verdrängung so mitmachen. Aber jetzt das hier so mitzuerleben, was wir ja eh schon zu Hause immer machen, ist dann doch ein bisschen schmerzhaft, ne? Ich hab da natürlich auch einen Film gefahren, wie weit geht sie und was sind gerade die Geräusche, die man hört. Ja, es muss total schön sein, darüber nachzudenken, vom Schlafen gehen, ne? Hat sie jetzt den Pümmel im Mund oder nimmt er sie jetzt von hinten? Was könnten das für Geräusche sein von meiner Ehefrau? Es ist schon so ein leichter Schlag in die Magengrube. Ja, und das ist ja das, wo ich dann immer sage, warum macht man das dann, ne? Warum sollte man eine Bindung eingehen, in der man diesen Schlag in der Magengrube verspürt? Diese Übelkeit. Warum? Liebe sollte doch schön sein. Man überlegt sich natürlich auch, was denkt sie sich gerade dabei? Ja, wow. Also, ja, ich würde es nicht wollen. So, ich höre Geräusche, ich weiß nicht, was es ist. Ja, es ist ein Handjob oder es ist ein Blowjob. Und jetzt frage ich mich auch währenddessen und während ich zwei Meter davon entfernt liege, was sie sich jetzt wohl dabei denkt. Ja, das fühlt sich richtig gut an für meine Psyche und alles. Man weiß, man kann nichts machen. Doch, kann man, immer. Oder beziehungsweise man sollte nichts machen, damit man das Spiel weiterspielen kann. Und was gewinnt ihr dann? 40.000 Euro oder 30 und das war es dann wert, ne? Ja, 40 Pissen ist schon heiß. Also, man merkt, dass da mehr hinter ist. Ja, sie denkt gar nicht über ihren Typen nach. Sie fühlt sich richtig gut an. Wenn hier nicht der erste Abend wäre, dann hätten wir ihn schon richtig hier bam, bam, bam gemacht. Und so ist mir doch egal, dass mein Mann da liegt. Wenn die Kamera ist nicht hier und nicht der erste Tag, dann muss man sich ein bisschen zurückhalten. Ihr geht's halt, wie gesagt, richtig gut. Heute hole ich mir einen Elfmeter raus. Aber auch einlaufen, ne? Guck mal, die reden gerade über seine Frau und er redet da einfach mit. Ich könnte das wirklich nicht. Und da sind so Momente, wo ich mir so denke, bin ich zu schwach für diese Welt und auch für dieses ganze Liebe und bla bla bla. Mittlerweile gibt es ja wirklich viele, die sehr, sag ich mal, sexpositiv und sexoffen in so einer Beziehung leben, ne? Eheleute, die auf Partys gehen, da mit anderen rummachen. Ich bin da einfach zu konservativ für, ne? Ich verurteile euch nicht, ne? Ich rede hier nur darüber, wie das auf mich wirkt. Und für mich ist es stark befremdlich, super stark befremdlich. Und ich für mich kann nur sagen, wenn ich eine Wahl hätte, führe ich so eine Beziehung oder bleibe ich Single? Würde ich mich immer für Single entscheiden? Weil das ist, also für mich wäre das eine so schmerzhafte Verbindung. Und dann würde auch Ehe und alles das gar keinen Sinn mehr für mich machen, ehrlicherweise. Meine Meinung, ne? Fühlt euch nicht offendet, wenn ihr gerade in so einer offenen Beziehung seid, weil ihr müsst es mit euch vereinbaren. Und ich tue ich ja nichts, ne? Ich sage nur, was ich denke. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was das mit euch machen würde, wie das für euch wäre. Ich bin super, super gespannt, wie wir alle dieses Format erleben werden zusammen. Und danke euch für eure Zeit und sage Tschüss.